Herzlich willkommen bei uns Gerstner Franziskanerplatz. Wir sind ein Kindermodenfachgeschäft. Uns gibt es schon seit 1938, also 82 Jahre. Bei uns gibt es von der Haube bis zum Sockerl von 0 bis 14 Jahre. Für jedes Wetter, für jeden Anlass und jede Jahreszeit die ideale Kinderbekleidung. Wir produzieren auch selber, das ist das Besondere an uns. Vor allem Babytrachten auch, aber bis 14 Jahre oder die kleinen Lederhosen. Das ist ein Alcantara, das ist waschbar und wächst mit. Dazu passen Chilets, Jacken oder über das Dirndl ein Wetterfleck. Dann Erstkommunionkleider produzieren wir selber, oder Taufkleider. Dann Trachtenhemden oder klassische Hemden. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns!